Ich bin Donnerstag um 20 Uhr live auf YouNow, kommt alle vorbei, ich muss Twiniers machen, den Link findet ihr in der... ...Beschreibung! Mein Schreibung! Dies ist die Geschichte eines Marokkaners, der jedes Semester einen YouTuber zur Verzweiflung brachte. Ich hab einen kleinen Hype und du versuchst mich hinterrücks zu ermorden, Alter, du versuchst meinen Ruf zu töten, Junge! Er bärbelte sie teilweise so hart, dass sie freiwillig das Jobcenter aufsuchen wollten. Bastard, Alter, wegen dir! Ja, warum wohl? Ey, das ist doch nicht sein Ernst, ey! Warum erkennt man das bei dir vielleicht nicht? Keine Ahnung, weil du überall der gleiche Bastard bist, der überall rumbeleidigt. Und das alles, einzig und allein mit seiner Ehrlichkeit. Du solltest dich reinschieben wie ein König, nicht reintreten. Junge, mach mal jetzt dein Video und halt deine Fresse, du Spastier! Ich habe dir gesagt, dass ich dich wie meine Nutte für Klicks benutzen werde. Danke, KuchenTV. Danke, Deutschland. Ich wollte mich eigentlich bei dir in den Kommentaren persönlich bedanken, aber das hat er schon meine Army gemacht. Puh, ich hab dir grad so Energydrink verschüttet, kaufe ich mir einmal reduzierten Marken-Energydrink und direkt passiert sowas. Seit wann kann ein Kuchen augemachen? Einfach mit Pullover abwischen und den dann auch wieder tragen. Jetzt klebt das alles, dann denken die, ich hab da hingewixt. Jetzt hab ich einfach Energydrink auf meinem Pullover. Jetzt hab ich's in Energy-Pullover. Wenn ich's in Antisien kann ich besser rennen. Energy Superspeed! Okay. Genau, wir gucken jetzt das Video KuchenTV der Realschüler an. Ist schon mal ein interessanter Name. Mich mit Realschüler zu fronten, wenn wahrscheinlich 90% seiner Fans auf die Hauptschule gehen. Das finde ich jetzt ist ein geiler Widerspruch. KuchenTV und seine Community fangen sich die ganze Zeit darüber ab, dass ich ihn abwerte wegen seinem Realschulabschluss, aber versuchen meine Community als Hauptschüler zu beleidigen. Was ist an Hauptschüler sein so schlimm? Hauptschüler können auch noch ihr Abitur machen und ihren Realschulabschluss sowieso. Ich habe in meinem letzten Video gegen KuchenTV kaum beleidigt. Und gebt euch jetzt mal, was dieser Kuchensohn macht. Der Typ, der mich für meine verbale Ausdrucksweise kritisiert. Ich komm einfach mal vorbei. Ich hoffe einfach, dass du zu Hause bist. Wenn nicht, befinke ich deine Mutter. Spasti, Alter. Ey, BK, kannst du mir kurz in die Kommentare schreiben, ob deine Mutter was von Lost Places weiß. Das wird uns halt schon helfen. Er beleidigt eiskalt und explizit meine Mutter. An dieser Stelle, du kleiner Kuchensohn, was haben unsere Mütter damit zu tun? Ganz ehrlich, meine Mutter hat für uns gearbeitet, damit die ihre Kinder mal großziehen kann. Deine Mutter geht gerade anschaffen, damit die das Geld verdienen kann, um dich weiterhin zu ernähren. Ich sage nicht einmal etwas dagegen, dass du dein Kinderzimmer frei machst, damit deine Mutter dies auch als Arbeitszimmer verwenden kann. Also lass bitte unsere ehrenvollen Mütter daraus. Aber das ist noch nicht alles, Leute. Jetzt gebt euch mal bitte das hier. Ja, okay, ganz kurz übrigens, weil jetzt kann ich das noch am Anfang des Videos sagen, weil ich hab's eben vergessen. Ey, BK, falls du dieses Video siehst, ich weiß, wo du wohnst. Ich lieg's jetzt nicht. Mal gucken, also jetzt noch auf jeden Fall nicht. Der Missen-Kuhber droht mir jetzt damit, meine Adresse zu veröffentlichen. Habe ich euch nicht oft genug in meinen Videos gesagt, dass YouTuber, sobald die von mir gebehbert wurden, einfach versuchen, auf private Details einzugehen, die mit YouTube gar nichts zu tun haben. Aber lieber KuchenTV, du kannst gerne vorbeikommen, dann wird meine Mutter dir eine leckere, warme und vor allem frische Mahlzeit zubereiten, weil ich denke, dass du wirklich die Schnauze voll hast von diesem ganzen Dosenfutter, was deine Mutter dir tagtäglich auf den Tisch legt, nur weil sie weiß, dass du in Wirklichkeit ein Hund bist. Sie sieht dich nicht als Sohn, sie sieht dich als Hundesohn. Ich habe gehört, dass KuchenTV schon mal die Adresse von YouTubern veröffentlicht hat, deswegen würde ich ihm auch zutrauen, dass er meine Adresse veröffentlicht. Oh, wartet, ich habe gerade eine Sprachnachricht von KuchenTVs Mutter bekommen. Du geiler Asi, ich habe voll Bock auf Telefonsex. Ey, nein, sorry, aber Frauen, die krassere Fürze drauf haben als ich und vor allem noch eine männlichere Stimme haben als ich, finde ich einfach nicht geil. Och, komm schon, Bruder, ich habe auch einen größeren Schwanz als du. Wow, ich glaube, diese Mutter ist einfach ein Schemail. Aber jetzt noch etwas zum Thema Adresse veröffentlichen. KuchenTV hat damals, als die Adresse von Tanzverbot veröffentlicht wurde, ein 20-Minuten-Video über Tanzverbot gemacht, in dem er wirklich 20 Minuten lang den Schwanz von Tanzverbot gelutscht hat. Und er hat dann noch in diesem Video erwähnt, wie ehrenlos es sei, wenn man die Adresse eines YouTubers veröffentlicht. Und was macht er jetzt? Er droht mir damit, meine Adresse zu veröffentlichen. Ach ja, und kurz noch eine kleine Info am Rande. KuchenTV hat sich früher StreuselkuchenTV genannt, weil er halt ganz viel Akne im Gesicht hatte. Aber dann haben ihm viele Männer aus verschiedenen Kulturen regelmäßig mit ganz viel Liebe in sein Gesicht gewichst, sodass er mit ihrer Hilfe die Akne in seinem Gesicht bekämpfen konnte. Und deswegen trägt er heute den Namen KuchenTV. Und jetzt mal zu deinem Lieblingsthema Beleidigungen. Wenn ich beleidige, dann ist das asozial. Aber wenn du das machst, dann ist das okay oder was? Junge, beruhig dich mal, du bist ein Kuchen, du bist keine Torte. Er ist einfach nur ein assiger Bastard, der denkt, oh, ich beleidige jetzt im Internet. Aber das ist nur eine Rolle, obwohl ich wirklich so bin. Die meisten deiner Zuschauer haben dich doch abonniert, gerade weil du ja nicht so assi bist und weil du dich auch gut zu benehmen scheinst. Aber warum beleidigst du dann trotzdem und verhältst dich wie der letzte Bastard in deinen Livestreams mir gegenüber? Scheißt du etwa gerade auf deine Zuschauer? Ist es dir etwa egal, weswegen dich deine Zuschauer abonniert haben? Mach nicht einen auf hart und asozial, der Sam ja jetzt in seinem Livestream Eier hat, um mich zu beleidigen. Dir geht es gar nicht um die Vorbildfunktion. Dir geht es genau wie mir nur um das Geld. Und du weißt ganz genau, dass man mit Content, in dem man nicht beleidigt, werbefreundlicher ist und damit einfach mehr Geld macht. Deswegen hast du deinen Arsch und deine Seele gleichzeitig verkauft. Und ich, obwohl ich mit Abstand der geldgeilste Marokkaner auf ganz YouTube Deutschland bin, trotzdem mache ich meinen Content ganz normal weiter, obwohl ich weiß, dass man mit weniger Beleidigungen mehr Geld bekommt. Aber ich scheiß da drauf. Ich weiß, dass ich schon auf YouTube meinen Arsch verkauft habe. Aber meine Seele werde ich niemals verkaufen. Er versteht einfach, glaube ich, gar nicht, was wir damit meinen oder so. Ich glaube, der Typ ist einfach wirklich dumm. Du brauchst keine Intelligenz, um Abi zu machen. Du musst einfach nur aufpassen in der Schule, ein bisschen lernen und das im Kopf behalten. Du musst einfach nur ein gutes Gedächtnis haben quasi. Wenn das Abitur doch so einfach ist, warum hast du dann keins? KuchenTV will jetzt das Abitur schlecht reden und so tun, als wäre das nichts Besonderes. Weißt du, was nichts Besonderes ist im Leben, KuchenTV? Einen YouTube-Kanal zu haben mit über 100.000 Abonnenten, weil das ist nichts Festes. Das ist auch das, was ich meine, warum ich diesen Dulli die ganze Zeit als Realschüler beleidigt habe. Einfach nur, weil mich das abfuckt, dass diese ganzen YouTuber denken, die hätten im Leben etwas erreicht, nur weil die irgendwie, keine Ahnung, 100.000 Abonnenten oder sonst was haben. Ey, das ist nichts. Es zählt, was habt ihr schwarz auf weiß. YouTube kann von heute auf morgen weg sein, dein Schulabschluss aber nicht. Das bleibt dein Leben lang. Guckt mal, ich sag euch eine Sache. Wenn jetzt so ein KuchenTV, ja, der hat jetzt nichts anderes zu tun außer YouTube. Sein Fokus liegt nur auf YouTube. Ist doch normal, dass der dann voll viele Videos raushauen kann und auch direkt ganz viele Aufrufe machen kann, auch ganz viele Abonnenten machen kann. Also wo ist da irgendwie jetzt die Kunst? Wenn ich euch jetzt sagen würde, ey komm, ihr brecht jetzt die Schule ab, ihr habt ein Jahr lang Zeit, einen YouTube-Kanal zu machen. Ey, ich schwöre innerhalb von diesem einem Jahr, ihr würdet locker eure 100.000 Abonnenten knacken. Aber so etwas kann ich nicht bewundern. Ich bewundere die Leute, die beispielsweise YouTube machen, gleichzeitig noch zur Schule gehen oder gleichzeitig noch ihr Abitur machen oder eine Ausbildung gleichzeitig machen. Das sind Leute, die ich bewundere. Die mehrere Dinge im Leben gleichzeitig machen, die ihr Leben strukturieren, die nicht nur von einer Sache abhängig sind. Diese Leute bewundere ich im Leben. Nicht einen KuchenTV, der arbeitslos ist, in Boxershots vor seinem PC sitzt und irgendwelche Videos dreht und nichts anderes mehr im Kopf hat außer YouTube. Diese ganzen möchtigen Meinungsblogger auf YouTube hier diese einmal Kanäle zerstören, aber nicht einmal einen gescheiten Abschluss haben. Ey, die kann ich einfach nicht ernst nehmen. Wer gibt euch das Recht, so abfällig über andere zu reden? Ich darf über andere Leute so reden, weil ich habe einen Abiturdurchschnitt von 1,7. Man merkt auch bei so Leuten wie KuchenTV, wie die krampfhaft versuchen, intelligent zu wirken, indem die sich eines gehobenen Sprachgebrauchs bedienen. Ich hingegen habe das 1er Abitur und rede nicht einmal so wie der, obwohl wenn ich neben dem in einer Deutschklausur sitzen würde, locker easy meine 1 plus schreiben würde, während der wahrscheinlich eine 4 hätte. Ich brauche hier auf YouTube nicht krampfhaft hochgestochen zu reden, nur um irgendwie intelligent rüber zu kommen. Ich rede viel lieber so, wie ich mit meinen Freunden auch reden würde. Denn immerhin heißt es ja, der Vorteil der Klugheit besteht darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. Kurt Tucholsky Fick eure Mütter! Und Leute, gebt euch mal jetzt wieder gegen Kennex Stichelt. Das ist kein Schubladendenken, ABK. Bei deinen Fans kann man zu 90% sagen, das sind irgendwelche südländischen Menschen, die im Internet andere beleidigen. Das ist kein Schubladendenken, das ist bei deiner Community Fack. Das sind halt irgendwelche 14-Jährigen oder so, die da rumbeleidigen. In drei Jahren schlagen die noch ein-, zweimal Leute vorm Club und dann landen die sowieso im Knast. Oha, wie kommst du auf sowas? Wurdest du etwa schon mal von so Leuten vorm Club geschlagen? Ja, ich meine, das ist halt wie bei der Bundestagswahl sozusagen. Ja, ich meine, es wählen ja nicht alle Deutsche eine Partei, sondern jeder geht halt zu der, der zu einem passt. Und die asozialen Südländer gehen halt zu ABK, weil sie genau da passend sind. Und die Kuchenarmi geht mit ganz viel Sahne im Mund einfach zu der AfD. ABK, ich bin ja sowieso bei dir in der Nähe. Ja, schreib mich am besten nochmal auf Facebook an, wenn du das Video siehst. Also, ich will es echt machen. Also, ich lade dich zum Essen ein. So, wir gehen einfach irgendwo schick essen, dann sitzen wir uns einfach hin und diskutieren. Ich meine, natürlich möchtest du ohne Kamera diskutieren, weil da würde einfach rauskommen, dass du halt überhaupt nicht argumentieren kannst. Schon okay, Hauptsache, ich kann mit dir reden und dann nehmen wir das einfach mit versteckter Kamera. Das passt schon, das würde mich jetzt nicht streichen. An sich können wir ja gerne mal quatschen. Bin mir nur unsicher, ob ich dir meine Nummer geben sollte. Leck mich an den Tisch, hör mal, Timmy, du kleines Krümmelchen. Hast du etwa Angst? Hör mal, ich wollte doch mit dir nur ein Käppchen trinken gehen. So ein Kaffee-Klatsch würde dir doch sicherlich gut tun. Ich bin zufällig in ein paar Wochen bei dir in der Nähe. So, und dann fahren wir einfach mal vorbei und wir können ja einfach mal reden. Also, so ein Relief sich Angesicht zu Angesicht betteln. Ich glaube, das ist cooler. Also, ich komm einfach mal vorbei. Ich hoffe einfach, dass du zu Hause bist, wenn nicht. Und also, wenn du minimal Eier hast, wie gesagt, wir können... Damn, it feels good to be a Gangster. Meine Fans schreien Zugabe bitte. Und ich fick dich blitzsch ohne Zutatenliste. Ey, KuchenTV, hab die Kugel im Lauf. Ey, dir brennt der Kopf, komm, ich puste ihn aus. Deine Mama, sie macht auch grad noch Judo-Trainer. Weil ihre Fütze sind lauter als Vuvuzelas. Und deine Sis, ich schwöre von der hört man nix. Sie ist jetzt dein Bruder und trägt den Namen von Pösser X. Ey, Diggi, wo sind deine Kirnhaare? Deine Östrogene? Hört man raus aus deiner Stimmfarbe. Punch, so wie David Day. Fazit, denn du kriegst den Schwanz von der ABK Army. Diggi, eine Frage, was bist du für ein Pädagoge? Vor der Arbeit noch locker ein paar Methadone. Muffin, du führst jetzt nen Krieg, doch ich hol mir den Sieg dank der Psychologie. Muffin, du führst jetzt nen Krieg. Muffin, du führst jetzt nen Krieg. Muffin, du führst jetzt nen Krieg. Muffin, du führst jetzt nen Krieg.